Das ist so ein Obsidian. Oh nein, ich bin tot. Tom, nein! Hast du Wasser? Ein maximales Willkommen wünschen wir euch hier zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Battle. Natürlich heute wieder mit einem, wer hätte es gedacht, ganz besonderen Gast. Der Tom ist wieder dabei. Hallihallo. Hashtag Tomle. Boah, letzte Folge, ne? Hier. So, los geht's. Das läuft, Freunde. Das sieht schöner aus langsam. Wir sind hier so die Dekorationsmännchen. Die ganzen Öfen baue ich jetzt noch ab. Ohne Scheiß, Taddel und Adi, du hast es so praktisch so auf den Punkt gebracht damit. Das ist eigentlich wirklich wahr. So, ähm, Pickaxe. Ich brauche dann unbedingt noch eine Pickaxe. Aber wir haben es hier. Okay, das ist so komisch. Alter, warts ab, wir sterben irgendwann. Also, wir werden auf jeden Fall sterben. Ja, aber. So richtig armselig. Aber wir sterben mit Würde und es sieht schön aus. Ist so, Alter. So, jetzt packe ich mal die ganzen Öfen hier noch schön hin. Wo hast du die, die, die Bench? Die ist immer in dem Boden. Ah, hier unten. Ah, auuuh. Uh. Mechsle. Ei. Haben wir zufällig nach irgendwo Eisen? Natürlich haben wir Eisen. Plopp, plopp, plopp. Alter, wir haben, wir haben fucking 54 Eisen. Okay, dann kommt hier und hier kommt dann ein Ding. Ein Fackel, ja. Und dann kommt jetzt erstmal über Kohle rein. Das will kein Stress. Na gut, überall ein bisschen weniger. Scheiße. Kannst du in mich rein? Eventuell? Das hat sich jetzt falsch angehört, Alter. Mir geht leid. Hast du noch ein bisschen Kohle? Ah, ja, da. Scheiße, sonst fehlt, ich glaube, ich fahre mir jetzt gleich ein bisschen Kohle. Ich habe noch 17. Ja, dann pack die hier unten rechts rein. Ich habe die gerade in die Dings reingelegt, in die linke Truhe. Nimm die einfach raus. Ah ja. Weil guck, jetzt kannst du nie in den Ding reingucken, denn es ist eh überall ungefähr gleich viel Ding. Okay. So, wo habe ich jetzt hier abgebaut? Ich muss, ich brauche ja noch ein bisschen Stein. Nein. Okay, gut. Ich brauche auf jeden Fall noch ein neues Schwert. Hä, bin ich dumm? Ich bin gerade in die Richtung gelaufen. Irgendwo hier habe ich doch abgebaut. Okay, gut. Pass auf, jetzt ist die Frage. Jetzt nehme ich mir erstmal kurz ein paar Spitzhacken mit. Ich bin der dümmste Mensch. Ah, hier. Perfekt. Okay, Spitzhacken, check. Dann mein Schwert nehme ich sowieso mit. Dann nehme ich mir ein neues Schwert machen. Dann nehme ich mir ein paar Sticks mit. Kann man immer gut gebrauchen. Stell dir mal vor, es wäre das noch das verrückteste, wenn wir jetzt nach hier irgendwie einfach nur abbauen und dann Dias finden, dann würde ich so übertrieben lachen und dann nochmal sechs oder so. Das wäre richtig krank. Aber ich brauche jetzt unbedingt, ich brauche jetzt echt unbedingt, ähm, wie heißt es? Fackeln. Und wir müssen dann nämlich, die haben nicht geguckt, um Brauchstand zu machen, weil Brauchstand könnte ziemlich wichtig werden. Brauchen wir eine Lohnroute, also müssen wir früher oder später eh nennen, der da. Alter. Was denn? Ein Drecksvieh, Alter. Okay, dann craft dich mal kurz ein Ding. Dinger, Alter. Geh weg! Ein neues Schwert. Oh, was? Wo kommt ihr alle her? I don't know, Tom. Weg mit euch! Alter, ist das ein Spawner? Ein bisschen Eisen nehme ich mir, das wäre zu krank, wenn das ein Spawner jetzt wäre, ne? Okay, die Schaden. Hey, warte, wo kommen denn die ganzen Dinger jetzt gerade her? Weiß es nicht, sterbe einfach nur nicht. Alter, das waren gerade richtig viele. Holz kann man auch mal gebrauchen. Brauche ich sonst noch was? Ich überlege gerade, ja klar, was zu essen, ne? Alter. Wie bewegt sich gerade irgendwas? Ziemlich nervig. Ich habe nicht allem Ernstes Dias gefunden. Echt jetzt? Ich habe echt Dias gefunden. Oh, Alter, was geht ab? Das waren wieder vier, fünf, ich dachte, das waren wieder sechs. Das ist geil, Alter, ich will das mal Kohle. Sechs Dias. Ach du Scheiße. Läuft bei uns. Und da ist auch schon die Spitze am Arsch. Wie wird ein Stack geschrieben? St-A-C-K. Okay, dann hat das richtig. Haben wir echt einen Stack, Dias? Nee. 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 Glaub nicht. Ich glaube, wir haben aber trotzdem 30. Einen halben haben wir voll. Okay, pass auf, deinen Aufstieg hast du ja jetzt auch schon schöner gemacht, ne? Okay, ich darf jetzt nicht überdreimen, Alter. Vergrößert, ja. Komm, wir machen jetzt die Hühnerfarm noch schnell. Aber oben? Ja, komm, ey. Dann mach aber Zäune. Nee, pass auf, wir machen das anders, Alter. Hier steckt irgendwo so ein scheiß Vieh in der Wand. Das macht die ganze Zeit Geräusche. Das nervt mich jetzt schon. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Wasser? Kennst du dich da aus? So eine Farm bauen, wo dann mit dem Wasser diese Eier abtransportiert werden? Keine Ahnung, Alter. Das ist zu stressig. Ja, alles klar. Das ist echt kompliziert. Alter, man, hier ist irgendwo so ein scheiß Vieh in der Wand. Unser Zuckerrohr ist gewachsen. Fack mich ab, Tom. Als ob wir einfach nur übel gut gerade sind. Okay, pass auf, wir machen da einfach gleich Leitern hin. Dann geht es einfach, ich würde sagen, einfach hier. Hier kann man dann direkt runter. Ich glaube, da kann man hier schon runtergehen. Oh Mann, wo ist denn das Vieh? Als ob wir noch fucking die... Alter, Tom, das Vieh fuckt mich gerade echt ab. Das macht die ganze Zeit Geräusche, Alter. Such es, mein Freund. Ja, sei mal kurz leise, ich suche sie echt jetzt. Sei mal kurz ruhig. Irgendwo ist es hier. Hier ist es, glaube ich. Ja. Oh Gott, er hat mich das Vieh abgefuckt, ey. Okay, jetzt kannst du wieder reden. Gönn mir jetzt erstmal ein Diaschwert. Ja, eigentlich ja schon, gell? Aber wir sollten es nicht... Oh Gott, es ist hier du, Alter! Junge! Alchemie, Alter! Die haben einen Braustand. Nein. Gerade habe ich es noch gesagt, Mann. Wir bauen hier so schön... Tom, wir sollten ins Nether gehen. In den Nether. Äh, bist du dumm? Wir haben doch genug, oder? Wir können doch eigentlich vollkommen uns so ein scheiß Portal bauen. Ja, hä? Oder? Ja, natürlich. Ne, wir brauchen nur noch ein bisschen Obsidian. Das baue ich jetzt aber ab. Ja, das ist jetzt wirklich gar kein Problem. Aber baue du diesmal Obsidian ab und ich besorge uns zum Feuerzeug, okay? Okay, dann brauche ich noch Holz. Haben wir Holz? Ja. Ja, haben wir. Perfect. Ey, wie geil! Was denn? Wir sind zu gut, Alter. Ja, wir haben richtig viel Stuff einfach. Aber warte es mal ab, Alter. Wir sagen so, dass wir richtig gut sind. Am Ende sind wir eigentlich die, die ganz schlecht gerade sind. Ja, ist so. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Tom. Wir haben so viel Zeugs. Wir dürfen halt nur nicht gefunden werden. Weiß es nicht. Ich... Es ist halt schon... Es ist halt schon so ein kleines Risiko, ne? Ja, schon so ein bisschen. Aber geht schon. So, meine lieben, guten Hühner. Ja, ihr habt... Och, ich liebe euch. Auf jeden Fall, Tom, komm mal her. Die Hühner. Ich baue gerade Obsidian ab. Die Hühner, achso. Na gut, ich wollte die Hühner nämlich hier rein jetzt machen. Oh, das war dumm. Das reicht ja eigentlich so, ja? Na komm. Geben wir dir ein bisschen mehr Platz noch. Wir sind ja hier keine Schänder, ne? So ein, zwei Blöcke noch. Alter, wie lange dauert denn bitte schön ein fucking Obsidian? Ja, es dauert halt lange. Was du halt machen kannst, du kannst halt gucken, ob du die Diamantspitzacke einfach kurz auf Level 1 mit Effizienz verzaubern kannst. Und das kannst du eigentlich schon machen. Ist das eine Höhle hier? Hast du gehört? Tom. Ja, warte. Alter, ist das der scheiß Ernst? Ich hab doch nicht die ja Pickaxe. So, zack. Ich hab noch nicht einmal ein so'n Ding. Hä, was hab ich denn jetzt gemacht? Bin ich jetzt doof? Scheiße, ich muss erst mal kurz Leiter craften. Dazu brauch ich Sticks. Dauert es für gewöhnlich immer so lang? Ist es hier normal, dass hier ein Eisenschwert liegt? Ja, das ist meins. Das ist fast kaputt. Äh, hä, wie ging das denn das nochmal mit der Leiter? Achso, ja. Ich glaube, ich kann das nicht abbauen. Was denn? Natürlich kannst du Obsidian mit Diamantspitzack abbauen. Das dauert nur wirklich so lange. Es kann sein, dass der Server bei mir wirklich leckt. Tom, das dauert echt lange. Ich hab noch nicht eins, ne? Hä, wie lange baust du da jetzt schon dran? Seitdem ich gesagt hab, ich baue jetzt Obsidian ab. Hä, warte, ich komm gleich. Oh mein Gott. Hä, das ist doch... Oder ist das gar kein Obsidian? Oh Tom, das... Oh Tom, du baust dein Obsidian ab. Das ist das Endding. Ich bin der dümmste Mensch, auf diesem ganzen Tag. Ach du Sche... Oh Tom. Oweil, PvP-Profi. Ja, und Minecraft und alles. Ach du Scheiße, du hast recht. Das war richtig dumm. So, jetzt gib mir mal die Eier, bitte. Das ist so ein Obsidian. Oh nein, ich bin tot. Tom, nein. Hast du Wasser? Oh, ich bin nicht tot. Junge, ich dachte gerade, ne? Alter, ich hab ein Herz. Junge, dein Scheißernst. Ach du Scheiße. Dann bleib jetzt stehen. Ach du... Junge. Ach, das ist gerade eben. Wird spannend. Junge, wegen sowas dürfen wir nicht sterben. Ich mach erst mal mein Wassereimer in mein Ding jetzt hier rein, ey. Alter, der Wassereimer ist gut. Lang lebe der Wassereimer. Ey. Mein Herz, ne? Mhm. Jetzt schmeiß mal die Eier hier runter. Gehen das Problem? Warte, ich hab den ersten. Ich glaub, ich geh noch eins runter. Zack, 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 zack. Tom, mach mal jetzt hier die Eier. Gib mir die Eier jetzt schnell. Wo bist du denn? Hier, gib mir die Eier. Warte, warte, warte. Ich kann die reinwerfen. Da. Ich glaub, hab ich die überhaupt? Ich hab ein Ei. Die sind doch in der Truhe drin. Mensch. Ach ja. Danke. Hier, das eine kannst du noch haben. Lade hier. Oh, ich dachte, ich darf dich nur noch nicht töten lassen. Ist jetzt eins weg? Ne. Komm schon eins noch. Oder sind da schon zwei und ich seh's noch nicht. Das sind... Das ist eins. Hä, das kann ja fliegen. Das sind mehrere. Guck mal. Das kommt hier mal nicht raus. Geh mal weg. Ja, das sind wirklich mehrere. Ich glaub, ich sollte das dort wirklich ein bisschen größer machen. Ach, dann geh mal weg, Tom. Das ist wirklich wenigstens so ein... Ja, genau. Die Armen. Die Tierquäler. Hund. Kein Spaß, ich bin eigentlich echt Tierlieb. Ach man, jetzt hab ich an dem Scheiß... Ach man. Unsere Zuckerrohr ist wieder gewachsen. Also Zuckerrohr haben wir jetzt auf jeden Fall. Das ist wichtig. Das wird später wichtig für welche Regale sein. Weiß schon. Okay, hier packe ich eine Fackel rein. Dass sie auch ein bisschen Licht hier was haben. Dass sie in ihrem Käfig noch was sehen können. Oh, da oben kann ja... Oh, hier ist auch wieder... Ach du Scheiße. Ach nee. Das geht ja nicht. Los, Obsidian. Wie viel brauche ich dafür? Äh, wir brauchen mindestens... Bauen wir mindestens 10 ab. Sicher, sicher. Okay, ja gut. Hier lebt ihr jetzt, ne? Und macht dann irgendwann Liebe. So, wir haben erstmal genug zu essen. Wir brauchen euch eigentlich gar nicht mehr. Dann kann ich jetzt schon mal Eisen schon wieder rein tun. Da hab ich jetzt so viel Scheißdreck dabei. Alter, das ist unfassbar. Kohle. Nee, Kohle nicht mehr mit. Wollte ich ja für Fackeln machen. Ich Idiot. Okay, zack. Fackeln hab ich jetzt erstmal ein paar. Kohle kommt da rein. Das kommt auch rein. Der Wassereimer immer dabei haben. Okay, gut. Ich glaub, jetzt kann ich gehen. Was wollte ich denn jetzt suchen eigentlich, Tom? Ah, ich wollte ein Feuerzeug machen. Boah, darf ich mir denn mal ganz kurz... Was denn? Ja, hier. Scheiß drauf, warte mal kurz. Was willst du denn nun machen? Kleinen Moment. Willst du das brutal machen? M-m-m. Weil das ist laut. Ich weiß. Hä? Hatten wir nicht einen Scheiß Feuerstein? Ah, doch da Feuerstein. Ich dachte, ich ach grad schon, ja? Okay, ein Feuerzeug haben wir jetzt. Ich bin dumm. Warum hast du jetzt schon wieder gemacht? Was machst du denn? Ach, du willst eins gießen, ne? Ah. Ja, kriegst du das hin? Oder das hab ich noch nie hinbekommen. Alter, es sieht so aus, ob du behindert bist. So, äh, boah, ab, bloß. Ich hab hier irgendwie auf jeden Fall nicht das Richtige gemacht. Ähm. Irgendwie ist das... Hä? Wie funktioniert das denn? Tom, keine Ahnung. Was ist denn, wenn ich... Deswegen krieg das nicht hin. Du musst es irgendwie von oben runtergießen. Und das hier hinstellen? Ja, das ist so. Ist doch gut. Ne, lass doch. Ist doch, lass doch stehen. Was stehen? Ja, das da. Brauchst du nicht wieder ab. Wir brauchen das doch. Ach, das eine Obsidian? Ach so, willst du das? Ah, okay. Ich war... Ja, du hast recht. Ja gut, das ist gar nicht mehr so dumm, was du gerade gesagt hast. Ja, ne, ist auch nicht. Ich dachte, wir können uns jetzt so eine endlose Quelle machen. Deswegen. Nein, jetzt mach doch da einfach das Enderportal in den Scheißkauf. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Hast du vielleicht noch solche Eimer? Wie Eimer? Weil das dauert jetzt echt eh. Ja, ich kann Eimer machen. Wir haben doch genug Eisen, Alter. Ich hab drei. Ne, ich mach. Ich hol. Äh. Wir haben jetzt zehn Eimer nochmal, das reicht, oder? Zehn! Ja. Alter, mach die mal voller... Wir haben... Ja, zehn Eimer. Piepapo. So in etwa. Aber ich geb's zu dir, oder? Oder wie... Alle Eimer voll? Wie muss ich das jetzt machen? Hier, komm her, ich geb's zu dir. Da hinter dir liegen sie alle hoch. Pop, 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 pop. Wie sie alle zu dir wollen. Hab einfach immer nur deinen Wassereimer bei dir, Tom. Mehr brauchen wir nicht. Ja, ja. Wo sind sie? Ach, hier. So, okay. Nice, Alter. Oh, das war Fail, oder? Ich glaub, das rutscht dein. Echt? Ja, aber der andere ist so richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, Tom, du hast verkackt. Das muss weg. Ach, warum? Weil... Muss es noch ein Spriter? Ja, muss es. Ah, Mann. Ich hab noch nie so ein scheiß Portal gebaut. Echt nicht? Nein! Ach so, lol. Hier muss Obsidian hin. Das kannst du weglassen. Das muss... Da muss kein Obsidian hin. Das kann... Gut, das ist die Frage... Okay, weg. Genau, und jetzt oben drauf. Hab ich aber gut gemacht. Ja, hast du echt gut gemacht. So, ich bin stolz auf dich. Jetzt läuft's gerade. Zug jetzt echt viel schneller, Alter. Wie... Wie war das? Wann kommt Obsidian, wenn es auf... Das muss flache Lava sein, ne? Ähm... Ich glaube, ja. Also Obsidian kommt, wenn du, ähm... Wollen wir mal kurz... Zack, zack. Wenn ein Block voller Lava ist. Und dann muss das und das noch. Wenn da so ein Lava-Strom ist, dann kommt kein Obsidian. Wobei, ich zähle das Ding ja eh gleich an. Egal. Genau, und dann kommt da, da, und dann da, da. Ja, und dann können wir durch. So, also... Vier... Nein, 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 nein. Was machst du? Das war schon richtig. Das war schon richtig, Tom. Ich muss... Muss ich nur noch die zwei? Du musst hier jetzt noch eins draufsetzen. Ja, genau. Ja, das wollte ich ja. Mach das. Deswegen brauch ich ja trotzdem Höhe. Und dann hier eins. Und dann nur noch hier oben zwei. Nur noch in den mittleren zwei. Deswegen hab ich da zugebrockt. Das sind jetzt die kompliziertesten. Ähm, wie mach ich das denn jetzt? Ich mach das hier. Einer Mann, meine Zerstatur spackt gerade. Oh, Gott sei Dank. Das andere wird jetzt schwierig. Da muss ich das abbauen. Sonst komm ich nicht ran. Egal. Könnt's danach noch hinbauen. Nice. Achtung, pass auf, das machen wir jetzt zu erstmal. Ui. Ui. Pass auf. Geh weg. Geh weg. Pass auf. Panzer auf. Hübsch. Tada. Alter, bei uns läuft drittlich. Komm, lass jetzt mal rein. Lass es jetzt schieben. Alter. Wir müssen noch tiefer. Alter, nice. Siehst du bei deiner Liebe. Das sind alles. Greif die nicht an. Greif die nicht an. Ja, die sind alle lieb. Ja. Gut. Pass auf, Tom. Du kannst hier kein Wasser benutzen. Ja, ja. Ist nicht so schlimm. So, wir brauchen Wider. Äh, Ender. Ähm. Wir brauchen eine Festung. Also wollen wir jetzt sozusagen hier drin suchen. Ja. Und mach dir. Lass erstmal. Mach dir jetzt erstmal einen Wegpunkt, Alter. Wir machen das in der nächsten Folge. Bist du dir sicher? Ja, 100 pro. Wir müssen uns noch equippen. Wir haben zum Beispiel. Ich habe jetzt 20 Eimer mit. Das bringt mir nichts. Ich brauche zum Beispiel ein bisschen Stein. Oh nein. Nein. Wir sind bei Fix rausgekommen, oder? Nein, sind wir nicht. Doch sind wir, Alter. Das ist den hier Portal. Sicher? Was ist das denn? Das kann doch sein, dass er einfach Neues ist. Ey, das wäre sinnlos. Tom, Tom, bleib mal hier, bleib mal hier. Warte mal. Hey, das sind immer neue. Ne, sind es nicht. Hey, was ist das denn? Komm nur mal raus. Das Problem hatten wir letztes Mal auch schon. Ich mach mal kurz Wegpunkt an. Komm mal. Wegpunkte. Ich mach mal kurz daheim an. Ja, die sind hier drüben. Du kannst mir da herlaufen. Ich weiß, wo es lang geht. 770 Meter? Das ist mich verarscht, ne? Übel, ne? Aber ich verstehe nicht, warum. Ist das nicht der Portal? Ich bin gerade durchgelaufen. Wir kommen genau wieder da raus. Oh nein. Also, das ist das Portal. Ist das ein Lerflich, Alter. Okay, da müssen wir so. Ja, aber warum? Ich weiß nicht. Das Problem hatte ich schon mal. Hatte ich mit Fix auch in Minecraft Dev. Ja, töt. Komm, töt mal direkt. Leder und Scheiß. Töt alles. Und Fleisch können wir auch nie gebrauchen. Wir haben ja so wenig, ne? Stimmt. Oh, jetzt gerade leckt's. Ja, ein bisschen, ne? Oder muss auch eine Kuh. Oh Mann, Alter. Wir müssen dann noch 30 verzaubern, ey. Ich hole auch gleich schon mal. Ich baue gleich schon hier mal ein bisschen Holz ab, okay? Du kannst schon mal vorgehen. Weil wir werden auch viel Holz brauchen. Ja. Aber wir haben so viel Holz, haben wir nämlich gar nicht mehr. Okay, nice. Also, wir kommen wirklich Stück für Stück voran. Wir dürfen uns nur nicht finden lassen, ey. Alter, wenn wir uns so richtig overpowered mit 30 unsere Rüstung verzaubern. Inklusive uns noch irgendwelche Tränke machen. Das könnte schon ziemlich, ziemlich geil werden, Tom. Und dann noch irgendwelche Waffen haben. Alter, ich habe ja gerade einfach nur Achievements ohne Ende bekommen. Ohne Grund. Ja, ich weiß. Ich habe doch schon Zombies abgetötet. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß es nicht, Tom. Wir haben jetzt aber viel geschafft in den letzten Folgen jetzt mal. Ganz ohne Scheiß, Alter. Ja, glaub auch. Weil mir lag zwar der ganze Server gerade übertrieben. Weil mir lag zwar gerade auch ein bisschen. Ich habe gut Holz jetzt. Ich suche jetzt mal wieder unsere Heimat. Ich habe jetzt keinen Bock mehr hier. Also ohne Scheiß, ohne die Minimap wären wir echt aufgeschmissen gewesen. Jetzt, das weißt du. Dann wäre jetzt alles vorbei gewesen. Das ist echt so. Hätten wir alles, hätten wir unsere Existenz neu aufbauen können, Alter. Richtig dünn gewesen. Eins, zwei, drei, vier. Fünfzig. Sechzig. Sechs. Mach mir mal 60.000 Liegestütze. 60.000, nicht 60.001. Kennst du das? Von Teddy Comedy? Ja, ja. Teddy ist eh. Oder kennst du Trainer? Ach Gott, wie heißt der? Gottlob? Nee. Wie heißt der? Ich vergebete. Böppel oder was? Mal gesehen, ja. Gottlob! Du simulant! Ja. Das ist so geil, Alter. Okay, ich habe keine. Meine Schuhe. Samantha, zeig mir mal deinen Fuß. Okay. Hallo, meine Damen und Herren. Samantha, mach doch bitte das Fernsteher runter. Okay, danke. Also, meine Damen und Herren. Alter, nein, das ist jetzt gerade nicht der Ernst. Was denn? Das ist der Wahrheit. Ich glaube, zwischen unserem aktuellen Standort und... Nee, doch nicht. Gut. Was wolltest du nur sagen jetzt? Zwischen unserem aktuellen Standort und unserer Base ist einfach mal nur ein See. Oh. Ach, Mann, Alter. Das ist zum Kotzen. Alter, ich tötere schon wieder so viele Schweine, ey. Das ist unfassbar. Ich habe doch zu essen dabei. Hä? Ach, ich dachte gerade, natürlich habe ich zu essen dabei. Folgenende. Ich laufe gerade an unserem Spawn vorbei. Okay, Folgenende. Ich laufe mir noch ein kleines Stück entgegen. Du kannst schon mal abmoderationen, Mann, Tom. Ähm, ja gut, merke ich dich zu sagen. Wir haben heute mega viel geschafft, irgendwie. Wir haben jetzt ein scheiß Portal. Ich weiß nicht, ob die anderen auch schon alle eins haben. Wir wissen ja, dass Fix eins hat, weil sonst wäre Dom sind nicht gestorben. Ähm. Aber, ja. War auf jeden Fall eine gute Runde, würde ich sagen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich bei beiden Videos von uns jeweils einen Daumen nach oben da lassen. Das würde uns mega freuen und einen coolen Kommentar. Und ja, merke ich mich zu sagen, wir sind rausgeflogen. Bis morgen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.